Ich hatte euch ja erst kürzlich den GuardMax 520 aus dem Hause Emantec vorgestellt. Diesen Koffer möchte ich jetzt zum Waffenkoffer umbauen. Wie das geht, möchte ich euch in einem mehrteiligen How-To-Video kurz erläutern. Dieser Koffer ist mit zwei Lagen Rasterschaumstoff ausgeliefert, was bedeutet, ihr könnt hier zwei Lagen Ausrüstung halbwegs vernünftig unterbringen. Wir gehen grundsätzlich erstmal damit vor, wir brauchen ein Layout. Wie wollen wir denn am geschicktesten die Ausrüstung hier drin so verstauen, dass es platzsparend ist, aber auch sicher gehalten wird? Wir machen das jetzt mal am Beispiel der Kurzwaffen. Legen wir die Waffen lose erstmal in den Koffer, wie man sich das in etwa vorstellt. Man sollte nach Möglichkeit zwei Vierecke, also so roundabout zwei Zentimeter dürften das sein, das sind glaube ich so Zentimeter Würfel, man sollte zwei von diesen Würfeln Platz lassen zwischen den Gegenständen als Steg. Wir haben hier rechts und links bereits diesen zwei Zentimeter Abstand. Das bedeutet, wir können hier direkt an dieser Linie anlegen und dort auch schon die ersten Würfel dann rausnehmen. Wir nehmen auch grob zwei Zentimeter zur langen Kante hin Platz, da hier der Rand wesentlich dünner ist und man verhindern will, dass es ausbricht. So, dasselbe müssen wir dann natürlich auch mit der zweiten Kurzwaffe machen. Ich habe mir jetzt ein Layout überlegt. Diese Waffen versetzt zueinander, jeweils die Mündung in eine andere Richtung gezeigt, dass sie soweit eigentlich vernünftig und platzsparend da drin untergebracht werden. So, jetzt kommt es natürlich darauf an, wie viele Magazine sollen denn damit rein? Ich habe für meine Glock in Summe sechs Magazine. Hier habe ich mir überlegt, ich mache die Anordnung hier drüben immer in einem Doppelpack. Auch hier wieder können wir beginnend mit der ersten Rasterreihe anfangen, das heißt direkt hier. Die Magazine sollen ja nicht unbedingt drin rumschlackern, das heißt wir brauchen schon ein bisschen Druck vom Schaumstoff. Ich habe jetzt herausgeguckt, es reicht, wenn wir drei Quadrate, also drei, vier Ecke nebeneinander als Reihe rauspulen. Und dann haben wir genug Druck vom Schaumstoff rundherum, dass die Magazine nicht irgendwie rumschlackern. Für meine CZ-P10 habe ich zwei Magazine und diese sollen in etwa hier so in die, ja, da hin, ungefähr da hin. So, damit habe ich acht Magazine, zwei Kurzwaffen und bin eigentlich, was die Kurzwaffenanordnung, ready to go in den Schießbetrieb. Jetzt ist es so, man möchte das ja möglichst genau machen. Das heißt, einfach nur rauszuppeln würde ich nicht tun, da dieser Schaumstoff ja an bestimmten Punkten noch miteinander verbunden ist. Das heißt, ihr müsst ihn vorsichtig raus trennen und das macht man am besten mit einem Messer. Ich habe das jetzt mit zwei verschiedenen Messern gemacht, einmal hier mit einer Cutterklinge, deswegen die Pflaster und ich habe noch zusätzlich mein gutes, was ist das hier, mein Böker. Das habe ich mal richtig schön scharf gemacht und das geht durch wie Butter. Damit funktioniert das eigentlich sehr gut. So, das heißt, wir fangen dann an und popeln so diese ersten Bereiche dann letzten Endes raus. Ich persönlich habe hier mit den Kurzwaffen angefangen. Das sieht dann vom rausgepopelten in etwa so aus. Jetzt ist aber auch der Punkt, dass Schaumstoff ist natürlich jetzt fast doppelt so dick wie die Waffe oder die Magazine. Das heißt, hier müssen wir dann wieder unterfüttern, damit die Waffe nicht nach unten absackt. So, wir nehmen mal den ganzen Gulasch raus, denn ich habe ja schon vorbereitet. Das heißt, ich habe die Ausschnitte bereits getätigt. Ergebnis sieht dann so aus. Das heißt, wir haben jetzt hier eine Lage, das werde ich noch durch ein Holzbrett oder ähnliches, wird noch unter diese Schaumstoffmatte unterfüttert, damit da ein schöner Gegendruck ist. Da werde ich noch so ein paar Ösen dran machen, damit ich dieses Teil als Ebene rausnehmen kann, um dann für unten weiteres Zubehör bereitzustellen. Wie gesagt, jetzt ist es ja so, dass das Schaumstoff, wenn ich es nochmal rausziehe und jetzt einfach mal ein Magazin dagegen halte, dann sehen wir, dass der Schaumstoff dicker ist als das Magazin. Das heißt, die Magazine würden quasi komplett bis nach unten durchrutschen, was ein bisschen uncool wäre. Also nehmen wir jetzt die Ausschnitte, die wir getätigt haben, die ja in voller Höhe sind und halbieren die in etwa. Das heißt, wir wissen, hier oben ist diese glatte Fläche, das wäre also so eine Einlage und halbieren das in dieser Richtung einmal durch, damit wir eine Unterfütterung haben. So, wenn ich jetzt die Waffe reinlege, seht ihr, liegt sie ziemlich genau bündig im Koffer drin. Ich kann jetzt hier meine Glockmagazine schön reinsetzen und das sind die Magpuls und hier meine CZ-Magazine. Und schon habe ich eine vernünftige Anordnung von zwei Kurzwaffen plus ausreichende Anzahl an Magazine, damit ich quasi range ready bin. Das ganze Ding geschlossen, wie gesagt, mit vier Optionen zum Verschließen, zum Abschließen und ich habe eine robuste Transportmöglichkeit für meine Waffen. Wenn ich es aufmache, sieht es einfach sauber und aufgeräumt aus und das ist eigentlich Sinn und Zweck des Ganzen. Im nächsten Part werde ich euch zeigen, wie ich dann das ganze Ding für Zubehör, also Gehörschutz, da werde ich die Stöpsel dafür nehmen, weil die Mickey Mouse einfach zu hoch ist. Da werde ich die Peltor Lab 100 da mit reinmachen, Brillenetui für die Schießbrille, Monokular, das Vortex Solo 8x36 für die Scheibenbeobachtung etc. Das kommt dann hier noch mit rein. In diesem Sinn, bis zum nächsten Teil. In diesem Sinn, bis zum nächsten Teil.